Heute ist der zweite, zehnte. Wir haben gerade alle gewogen, alle haben zugenommen, aber jetzt wollen alle auf einmal Essen haben. Und so sieht es dann aus. Man kämpft um die besten Plätze. Ja, kommt halt dann nicht jeder sofort dran, gell? Da aber alle richtig gut zugenommen haben, wir wiegen ja jeden Abend, können wir davon ausgehen, dass auch alle oft genug zu Tisch waren. Geh, Baby. Bis zum nächsten Mal, gell? Ja.